Hallo zusammen, das ist der Sebastian. Der Sebastian wird euch gleich sehr viel über QR-Codes erzählen, mehr als ich weiß. Und wer sich fragt, warum ich dann hier stehe, es gibt auf der GPN einen neuen Service für Speaker, Haralds, die kurz die Speaker ankündigen, was leider in der What2Hack vergessen wurde. Deswegen muss ich es hier noch kurz erzählen. Und wenn ihr euch auch als Harald betätigen wollt, meldet ihr euch nach dem Vortrag einfach bei mir oder bei Sarah. Das wäre sehr nett, weil wir suchen noch händeringend nach Menschen, die uns da helfen. Und ja, viel Spaß mit den QR-Codes und dem Sebastian. Hi. Genau. Gleich mal vorneweg, immer wenn irgendwie Fragen auftauchen, einfach melden. Dann können wir das live machen, wenn es angebracht ist. Ja, ich will über QR-Codes reden. Wer weiß denn nicht, was QR-Codes sind? Wer hat denn noch nie einen QR-Code gescannt? Wer hat den QR-Code noch nicht gescannt? Ja, sehr gut. Wer hat es versucht und nicht hinbekommen? Aha, aha, aha. Ja, aber ich kann euch schon verraten, es gibt keinen optimalen Sitzplatz heute. Mal kurz allgemein zu QR-Codes. QR steht für Quick Response, also schnelle Antwort. Es gibt mehrere Spezifikationen von QR-Codes. Die erste war 2000. Was wir jetzt in dem Vortrag bereden, ist die von 2006. Und es gibt noch eine neue von 2015. Die kostet aber knapp 200 Schweizer Franken. Das war mir ein bisschen viel. Deswegen gibt es halt jetzt einen Vortrag zu dem alten. Ich weiß auch nicht, was sind mit neu und neu ist. Also so viel werden sie aber nicht gemacht haben. Was es auch noch so kurz zu erwähnen gibt, es gibt Patente an QR-Codes. Also es gibt die Firma Denso Wave aus Japan. Die hat sich den Namen QR-Code patentieren lassen. Und sie sagt, okay, sie verzichtet sozusagen auf irgendwie Klagen oder die Rechte einfordern, solange man sich an diese Spezifikation hält. So viel mal kurz vorneweg. Wir gucken uns jetzt mal direkt die QR-Codes an. Wie sind die überhaupt aufgebaut? Was immer am meisten aufhält, sind diese Feinder-Patterns in den QR-Codes. Die sind einfach dazu da, damit man den QR-Code erkennen kann. Und die sind auch dazu da, den QR-Code richtig zu drehen. Also einen QR-Code kann man beliebig gedreht scannen. Und man kann halt immer an diesen drei Feinder-Patterns den sozusagen richtig hindrehen, sodass hier halt rechts unten kein Feinder-Pattern ist. Und dann ist er sozusagen richtig gedreht. Was es dann noch gibt, sind die sogenannten Alignment-Patterns. Das sind die hier. Und die Timing-Patterns, die sind hier an der Seite. Die übersieht man gerne mal, wenn man sie nicht kennt. Die sind einfach dazu da, dass, wenn ich das maschinell lese, dass der Leser oder der Scanner dann immer ungefähr weiß, wo er ist. Also damit er sich irgendwas hat, woran er sich orientieren kann. Das erlaubt halt irgendwie gewölbte QR-Codes und sowas zu lesen und dann immer noch gut zu erkennen. Okay, was habe ich noch? Es gibt diese Format-Informationen. Die sind zum Dekodieren dann nachher wichtig. Die sind hier unten redundant. Die sind halt nah an den Feinder-Patterns, damit ich die gut auslesen kann. Es gibt Versionsinformationen. Die sind erst in größeren QR-Codes vorhanden. Die sind hier unten auch nochmal redundant. Die sagen dann für größere QR-Codes, also ab Größe 7, wir lernen gleich, was das bedeutet, sagen die, okay, der QR-Code ist wirklich so und so groß. Und was viele nicht wissen, offensichtlich ist die Quiet-Zone. Das ist das Grüne hier drumherum. Der Standard schreibt vor, dass um jeden QR-Code, also das, was man normalerweise als QR-Code interpretiert sozusagen, nochmal vier Module, also diese Pixel heißen Module, Module weiß ist, oder die helle Hintergrundfarbe, wenn man so will. Wenn man das nicht macht, hält man sich nicht an den Standard, wollte ich es nur mal gesagt haben. Okay. Was gibt es denn so für Spielarten von QR-Codes? Es gibt die Versionen 1 bis 40, die geben im Prinzip die Größe der QR-Codes an. Also das gerade war ein mittlerer QR-Code. Mit jeder Version wächst die Breite und, also die Größe allgemein, um vier Module. Das heißt, umso größer die Version, umso mehr Daten kann ich halt unterbringen. Was QR-Codes auch noch können, sind Fehler korrigieren. Und da kann ich auch angeben, was für ein Fehlerkorrektur-Level ich haben möchte. Und das geht von L wie Low, das ist dann 7% der Daten, die ich wiederherstellen kann, bis halt High wie 30% Daten, die ich wiederherstellen kann. Natürlich, wenn ich viel Fehlerkorrektur habe, kann ich halt weniger Daten oder Nutzdaten kodieren. Das ist klar. Okay. Was wir jetzt mal machen wollen, damit ihr wisst, wie QR-Codes funktionieren, ist, wir wollen mal den String GPN 17 kodieren in Version 1, also sozusagen den kleinst verfügbaren QR-Code und mit Fehlerkorrektur-Level L, also dem niedrigsten. So. Damit wir das machen, müssen wir erstmal diesen String GPN 17 irgendwie in Bits umwandeln, die wir dann auf den Modulen platzieren können. Dazu gibt es vordefinierte Methoden oder Codierungen, die das machen können. Und ich habe dann mehrere Segmente, die immer sagen, okay, ich benutze jetzt eine gewisse Codierung und das ist dann durch diese Indikator-Bits dargestellt. und dann kommt eine Länge, also wie viele Zeichen folgen denn überhaupt jetzt, wie viele Bits diese Länge hat, hängt dann von den Versionen ab, jeweils von dem QR-Code, also wie bei großem QR-Code kann ich halt mehr Daten kodieren, brauche ich auch mehr Bits, um darzustellen, wie viele Zeichen da kommen und dann kommen die Daten an sich. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel unten, wenn ich GPN 17 byteweise kodiere, dann habe ich also erstmal dieses Indikator-Bit hier, dieses Pattern, dann kommt die Länge, also bei uns irgendwie 5 binär kodiert und dann kommen halt die jeweiligen ASCII-Werte für GPN 17 und dann kommt der Terminator, der sagt mir, okay, die Nachricht ist zu Ende. Jetzt habe ich aber nicht nur Bytes, ich habe irgendwie die Möglichkeit, numerisch, also Ziffern zu kodieren, ich kann alphanumerisch, also Zahlen und Ziffern, ich kann Kanji, japanische Zeichen oder japanische, chinesische Zeichen kodieren, ist halt deswegen drin, weil das aus Japan kommt und ich muss mir natürlich erstmal überlegen, wie kodiere ich jetzt meinen String am effizientesten. Das wir zum Beispiel mal ausprobieren können, also das Byte-Encoding ist vielleicht nicht das effizienteste, was wir hier machen können, wir probieren einfach mal aus, die 17 numerisch und das GPN alphanumerisch zu kodieren. Dann lernen wir gleich, wie das funktioniert. Das ist jetzt alphanumerisch für die GPN, da haben wir also irgendwie eine Tabelle von 45 Zeichen, die wir kodieren können und entsprechend wandeln wir dann die GPN, also die einzelnen Buchstaben, erstmal in den entsprechenden Wert um, das wären es bei uns 16, 25 und 23 und dann fassen wir immer Paare von Werten zu einem neuen Wert zusammen. Da es 45 Werte sind, gibt es für die Paare 2025 Möglichkeiten, das ist halt nah an 2048 dran, das lässt sich schön in 11 Bit kodieren, deswegen fasst man das zusammen. Bei uns ist es jetzt so, dass wir die 16 und die 25 zusammenfassen, indem wir halt 16 mit 45 multiplizieren und dann 25 addieren. Die 23 bleibt alleine stehen, das funktioniert, weil wir ja vorher angegeben haben, wie viele Zeichen kommen, das heißt, wir können die einzeln kodieren und wissen dann, okay, wir brauchen hier nur 6 Bit, um die 23 zu kodieren. Und das sieht dann entsprechend so aus am Ende und steht für GPN. Für die 17, von der GPN 17, funktioniert das so, dass ich immer drei Zeichen, also drei Ziffern zusammenfasse, damit habe ich 1000 Möglichkeiten, ist nah an 1024, lässt sich also schön in 10 Bit kodieren. So, in unserem Fall haben wir aber nicht mal drei, wir haben nur zwei und demnach reichen uns 7 Bit. Sieht dann so aus. So, alles zusammen kommen wir dann auf 55 statt 56 Bits, da haben wir viel gewonnen. Das Problem ist einfach, dass wir halt diesen Kodierungsmodus, also dass wir hier ein neues Segment aufmachen und dadurch müssen wir halt nochmal angeben, okay, jetzt kommt ein neues Segment, das ist so und so kodiert und das ist so und so lang, das kostet natürlich auch Bits. Jetzt können wir aber merken, oh, alphanumerisch hat irgendwie auch das Wort numerisch drin, vielleicht können wir GPN 17 komplett alphanumerisch kodieren und das geht natürlich auch, also hier die Spalte und so, das ist ja andersrum, hier links sind wir, das sind ja genau die Ziffern, das heißt, wir machen nochmal komplett GPN 17 alphanumerisch, haben wir jetzt auch schon gelernt, wie das geht, also bilden wieder Paare, die 16 und die 25, die 23 und die 1 und die 7 allein und damit kommen wir dann auf 45 Bit und das ist schon ein bisschen besser. So, was wir jetzt als nächstes gerne machen würden, wäre Fehlerkorrektur. Das Problem ist, die Fehlerkorrektur braucht eine gewisse Bitanzahl und deswegen kommt noch ein Zwischenschritt, wir müssen nämlich Padding, Bits und Codewörter einfügen. Das funktioniert so, dass wir haben jetzt am Ende 5 Bit stehen, die müssen wir erstmal mit Nullen füllen, bis wir ein komplettes By zusammen haben und dann füllen wir auf halt die Kapazität von unserem Code auf mit einem festen Bitmuster, das sieht man hier in der hexadezimalen Darstellung sehr gut, das ist immer EC11 hexadezimal, das ist einfach immer dasselbe, solange bis wir sozusagen voll sind. So, und dann können wir letztendlich da Fehlerkorrektur drauf loslassen, das ist Ried Solomon, wem das was sagt, ist für uns jetzt erstmal magisch, was da passiert, das heißt, da kommen einfach Bits dran und mit diesen Bits oder mit diesen Wörtern, es ist beidweise funktioniert die, können wir dann irgendwie Fehler, die beim Lesen passiert sind, korrigieren. So, jetzt sind wir so weit, dass wir unsere ganzen Bits in den Modulen platzieren können, ich habe jetzt hier mal alles blau gemacht, was irgendwie anderweitig belegt ist, das heißt, das was jetzt weiß ist, ist sozusagen der Platz, wo dann unsere Daten hinkommen. So, und das geht wie im Kindergarten, also wir fangen hier rechts unten an und machen dann immer in zweier Reihe, arbeiten wir uns vor, das heißt, die Null kommt dann hier hin, dann die Null und dann geht das immer so weiter und irgendwann sind wir oben angekommen und wenn wir oben angekommen sind, dann geht es rückwärts weiter, also jetzt gehen wir wieder nach unten, auch wieder schön Kindergarten, zweier Reihe, bis wir unten sind und dann geht es wieder nach oben. So, und dann, also ich kürze mal ein bisschen ab, dann geht das schön durch was jetzt passieren könnte, passiert hier nicht, dass noch Module übrig bleiben, also nicht komplette Bytes, aber es könnten zum Beispiel jetzt drei Module oder sieben Module übrig bleiben, dann ist auch vorgeschrieben, wie man die entsprechend auffüllt oder welche Daten man da rein platziert. So, jetzt gucken wir uns das mal irgendwie ohne Gitter an und was man jetzt sieht, ist folgendes Problem, ihr stellt euch vor, ihr seid so ein maschineller Scanner und dann seht ihr hier so einen langen weißen, oder ihr scannt das zeilenweise und seht dann so was langes weißes und denkt so, wie lang war das jetzt eigentlich, war das gewölbt und ist deswegen kürzer als es sein soll oder wie. Das heißt, es gibt so ein paar Dinge, die für maschinelle Scanner nicht so schön sind. und das sind halt zum Beispiel lange, einfarbige Streifen oder auch vertikal genauso, sind aber auch irgendwie große Blöcke von einer Farbe, ist nicht so schön. Was auch nicht so schön ist, wenn dieses Muster hier, also so ein dunkles, ein helles, drei dunkle, ein helles, dunkle und dann irgendwie vier helle vorne oder hinten dran, also die nach vorne oder hinten dran, wenn das irgendwie im Code selbst vorkommt, dann könnte der Scanner denken, oh, ich habe so ein feiner Pattern gefunden, der QR-Code ist komisch gedreht oder wie auch immer. Das mögen wir also auch nicht und was wir auch nicht mögen, ist irgendwie, wenn insgesamt über den ganzen QR-Code viel mehr schwarz als weiß vorkommt. Also was ich möchte, ist im Prinzip ein Schachbrettmuster. Also das werde ich nie erreichen natürlich, aber ich möchte irgendwie viel Kontrast haben, ich möchte viel Wechsel haben, wenn ich das scanne, damit ich mich besser orientieren kann. Deswegen gibt es da entsprechend, ich sage mal, Strafpunkte, wenn man so Muster drin hat. Wie man die genau berechnet, ist meiner Meinung nach im Standard sehr schwammig abgehandelt, deswegen werde ich das jetzt auch in irgendwie keine Zahlen da hinschreiben, aber soweit sei es mal gesagt, das ist böse. So, und was wir machen, um das ein bisschen lieber zu machen, ist, wir haben Masken. Die Masken legen wir über die Daten drüber, also versorgen das und hoffen dann, dass es besser wird. Es gibt acht vordefinierte Masken und wir nehmen dann einfach, wir probieren alle aus und nehmen dann die beste. So, und die habe ich jetzt einfach mal alle aufgezählt. Ihr könnt ja mal so gefühlt sagen, was das Beste ist. Das ist zum Beispiel hier wieder irgendwie ein bisschen doof. Das sieht okay aus. Da gibt es auch wieder so ein bisschen große Flächen. Weiß man alles nicht. Also, die werden jetzt einfach durchprobiert und bewertet und am Ende sagen wir halt, das ist zum Beispiel sehr schlecht dieses Ding, weil hier ist so ein feiner Pattern. Also, wenn ihr das seht, eins, drei, eins. Das ist, die Maske wird schon mal rausfliegen. Ich habe jetzt für den Vortrag einfach mal beschlossen, wir nehmen diese Maske, weil das die Software, die ich da benutzt habe, um Referenzdaten zu haben, einfach gemacht hat. Meine Software habe ich auch mal Scores ausrechnen lassen, die war für eine andere Maske, was interessant ist. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass diese Software, die ich benutzt habe, hier diese Formatinformation, die hier noch hinkommt und hier und hier vorher platziert und dann diese Bewertung macht und der Standard halt sagt, nö, musst du nicht. Was ein bisschen komisch ist, eigentlich soll der Standard sagen, platziert die Bits dahin oder die Module und guckt dir dann den QR-Code an. Okay, also wir wählen einfach mal diese Maske, die sieht einigermaßen brauchbar aus und damit machen wir jetzt weiter und wollen jetzt genau diese Formatinformationen ausrechnen. In der Formatinformation stehen zwei Dinge drin, nämlich erstmal das Fehlerkollektur-Level und die gewählte Maske. Fehlerkollektur-Level, haben wir gesagt, ist L bei uns, Maske haben wir gerade ausgewählt, die Nummer 6. Das L hat einfach eine Binärkodierung, es gibt vier Korrektur-Level, L steht halt einfach per Konvision für 0,1 und Maske 6 wird halt binärkodiert, ist 1,1,0. So, dann machen wir da auch Fehlerkorrektur-Magie, BCH-Code nennt sich das, blasen von diesem 5-Bit auf 15-Bit auf und haben dann die schöne Eigenschaft, das 3-Bit falsch sein dürfen und wir immer noch das richtige Datenwort rauskriegen. Ist ja auch nett, weil wenn ich da irgendwie falsch lese, ist natürlich blöd. So, damit kommen wir also auf diesen schönen Bit-String. Was wir machen, bevor wir das in den QR-Code noch reinhauen, ist das nochmal mit einem festen Bit-Muster maskieren und dann haben wir unsere finalen Format-Informationen und die wollen wir jetzt im QR-Code platzieren. Ich habe anfangs schon erwähnt, dass die redundant vorhanden sind, also man sieht einmal, dass die Format-Informationen hier stehen, ich habe jeweils die sozusagen Bit-Position hingeschrieben und sie stehen auch nochmal hier unten an dem und hier oben unter diesem Finder-Pattern. Das heißt, falls da irgendwo ein Klecks auf dem QR-Code ist, zum Beispiel hier so, kann ich immer noch an anderer Stelle die Format-Informationen auslesen und dann halt den QR-Code dekodieren. So, das machen wir jetzt einfach mal, platzieren da die Bits hin und dann sind wir soweit fertig. jetzt müssen wir nur noch, was hier blau aus oder blau hinterlegt ist, einfach tatsächlich in den QR-Code zeichnen, schön viel Platz drumherum und dann ist der QR-Code fertig. Sollte funktionieren, bitte. Einer scannt, sitzt zu weit vorn. Irgendwer? Okay, einer hat es gescannt gekriegt. Was passiert jetzt beim Dekodieren? Da werde ich natürlich ein bisschen schneller drüber gehen, weil wir jetzt im Prinzip die Struktur schon verstanden haben. Beim Dekodieren gucke ich jetzt erstmal die Feiner-Patterns und die Struktur um die Feiner-Patterns an. Das heißt, ich finde erstmal diese Feiner-Patterns, orientiere den QR-Code entsprechend und was ich auch machen kann, ist, wenn der QR-Code farbinvertiert ist, also schwarz und weiß vertauscht, das darf man machen, dann kann ich das auch an den Feiner-Patterns feststellen und entsprechend umwandeln. So, dann lese ich die Format-Information, die haben wir gerade hier hin platziert zum Beispiel, habe also jetzt im Feiner-Korrektur-Level, habe die Maske, die ich benutze, lese die Versions-Information, die ist jetzt bei uns nicht drin, die ist erst ab Version 7 drin, die haben Version 1 gerade, also da müssen wir jetzt nichts machen und dann wende ich meine Maske auf die Daten an, das habe ich jetzt mal hier gemacht, dann lese ich natürlich die Daten, gucke, ob da irgendwie Fehler drin sind, korrigiere die Fehler, wenn möglich und dann zerlege ich meine Daten in diese Segmente, wo die Kodierungen drin standen, also wo ich sage, okay, das ist alphanumerisch kodiert und so weiter und die Kodier die Segmente dann entsprechend. So, gibt es soweit Fragen? Yay, alle eingeschlefert, ja, super. Jede Version gibt dir vor, also das hängt ab von irgendwie deinem Fehlerkarrektur-Level und deiner Version, die du gewählt hast und du hast aber einfach eine riesige Tabelle sozusagen, wo drin steht, okay, für Fehlerkarrektur-Level L und Version 1 19 Datenworte. Also das kannst du einfach nachgucken sozusagen im Standard. Das ist ja völlig lieb. Ja, aber genau, dafür ist die Längeinformation da. Und die Padding-Code-Worte kommen ja erst, nachdem du gesagt hast, okay, hier ist das Nachricht. Es gibt ja extra so 0, 0, 0, 0, das sagt, okay, Nachricht zu Ende, hier kommt nichts mehr außer Padding-Informationen. So, dann kommen wir jetzt zum lustigen Teil. Q-Art. Also Q-Art soll irgendwie so eine Mischung aus Q-R und Art sein, also Kunst, basiert auf einem Blogpost oder wurde eingeführt von einem Blogpost von Was Cox und sieht ungefähr so aus. Das ist jetzt das Go-Maskottchen. Die Idee ist also, ich habe einen Q-R-Code und ich möchte da irgendwie ein Bild reinmachen. Wie funktioniert das? Und ich möchte es auch so machen, dass ich nicht die Fehlerkorrektur kaputt mache. Also ich kann immer einen Q-R-Code nehmen, kann sagen, irgendwie maximale Fehlerkorrektur, klatscht ein Bild drauf, geht natürlich. Aber dann, wenn da noch irgendwie ein Fehler in dem Q-R-Code ist, hat es halt der Leser, also der Scanner schwieriger. Plus, Stenzo Wave ist da ein bisschen empfindlich, mindestens wenn das Bild farbig ist. Also er versucht sich sozusagen maximal an die Q-R-Code-Spezifikation zu halten. So, wie ist die Idee? Die Idee ist, ja, häufig habe ich halt URLs in Q-R-Codes und URLs kann man so einen Hash dranhängen und dann kommt ein beliebiges Label und der Browser sucht dann dieses Label und wenn er es nicht findet, ist es auch nicht schlimm. Das heißt, ich kann hinter diesem Label einfach beliebig Daten codieren. Und dann wähle ich die Daten halt so, dass da dieses Bild rauskommt. Warum nicht? Was ist jetzt das Problem dabei? Also erstmal muss ich irgendwie diese Daten so codieren, dass der Browser nicht denkt, oh, jetzt kommt eine neue URL oder jetzt kommt ein neuer Tab mit einer neuen URL oder sowas. Also ich muss aufpassen, dass da keine Sonderzeichen vorkommen. Und was ich außerdem mir überlegen muss, ist, wenn diese Daten irgendwie, oder wenn das Bild, was ich darstellen will, den Bereich überdeckt, wo Fehlerkarrikturinformationen drin sind. Über die habe ich ja keine Kontrolle. Wie kriege ich dann dieses Bild sozusagen in die Fehlerkarrikturdaten rein? Gucken wir uns an. Diese Daten hat er jetzt einfach nur mehr skodiert. Damit habe ich irgendwie 1000 von 1024 Daten oder Encodings, die ich darstellen kann. Wenn ich jetzt irgendwie wirklich Bilddaten habe, die ich halt nicht in diesen 1000 die halt nicht in diesen 1000 Encodings drin ist, verlasse ich mich halt auf die Fehlerkarriktur, macht auch nichts. Also beansprucht die Fehlerkarriktur auf jeden Fall deutlich weniger, als wenn ich einfach ein Bild drauf klatsche. So. Das heißt, dieses Bild, was wir eben, den QR-Code, den wir gesehen haben, der sieht so aus, ist halt auf die Go-Homepage, dann ist dieses Label da und das hat halt irgendwie komische Binärte, also komische Ziffern. Die halt genau dieses Bild kodieren. Okay, das klappt also schon mal ganz gut. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Fehlerkorrektur. Fehlerkorrektur hatte ich schon erwähnt, hat ein Ritz-Solomon-Code und die haben eine schöne Eigenschaft, nämlich, dass sie einen Untervektorraum bilden. Das heißt, dass wenn ich irgendwie einen gültigen Ritz-Solomon-Code habe und noch einen gültigen Ritz-Solomon-Code und ich nehme exklusives oder fast so die sozusagen, dann kommt wieder ein gültiger Ritz-Solomon-Code raus. Und damit sind wir sofort in der linearen Algebra und Basis und überhaupt. Damit haben wir also Struktur, die wir nutzen können. So, wie sieht das hier aus? In dem Beispiel habe ich jetzt den blau markierten Bereich, das sind sozusagen die Daten, über die wir verfügen können, also die Daten können wir angeben. Das sind jetzt hier 16 Bit, also zwei Codewörter und dann haben wir die Fehlerkorrekturdaten, die sind hier rechts. Über die habe ich halt keine Kontrolle, das heißt, die resultieren dann aus dem Codewörter. So, was ich jetzt mache, ist erstmal mir eine Basis bilden von meinen Daten, die ich codieren möchte. Und das mache ich folgendermaßen, ich sage einfach, okay, mein erstes Wort oder meinen ersten Basisvektor hat einfach das erste Bit gesetzt und den Rest Null. Zweiter Basisvektor hat das zweite Bit gesetzt, Rest Null und so weiter. Das heißt, wir haben einmal so die Hauptdiagonale runter, das sind alles meine schönen Basisvektoren und mit denen kann ich mir meine Nutzdaten beliebig zusammenbauen. Ja, also wenn ich hier irgendwie 0011 haben will, dann nehme ich halt den ersten nicht, den zweiten nicht, den dritten und vierten nehme ich rein. Wunderbar. Klappt ohne Probleme, keine Konflikte, gar nichts. Schwieriger wird es halt, wenn ich irgendwie in diesen Daten, die für die Fehlerkarriktur da sind, hier mal eine Eins haben will. Und was ich dann mache oder was ich machen kann eventuell ist eine Basistransformation. Und zwar gucke ich jetzt mal für die Eins, wo wird denn, oder wer kann denn die beeinflussen und dann finde ich diesen, ich gucke ein bisschen schräg, das ist schwierig, finde ich diesen Eintrag und der gehört zu diesem hier und der wird nicht irgendwie benutzt, um schon Daten zu schreiben, das heißt, ich kann jetzt einfach die entsprechende Zeile mal nehmen und oben auf die restlichen Einträge drauf addieren oder versoren damit. Das sieht dann so aus, dann habe ich hier plötzlich mehr Einsen drin stehen, aber ich habe hier eine einzige Eins und damit habe ich jetzt plötzlich eine andere Basis, die aber dieses Bit mitbestimmt. Das kann ich sozusagen nicht, also klar, ich kann das beliebig oft machen, aber ich werde damit nie irgendwie mehr Bits auf einmal darstellen können, sondern ich verliere halt genau dann Kontrolle hier drüber wieder. Also ich kann mir aber so ein bisschen die Bits aussuchen, über die ich Kontrolle habe. Das heißt, wenn ich das Bild in die Fehlerkorrektur Bits reinschiebe, ist es gar nicht so schlimm. Ich kann das irgendwie da so ein bisschen rumfrickeln mit linearer Algebra-Magie und dann geht das wieder. So, für dieses Bit da hinten wird es aber ein bisschen schwieriger, weil diese drei Bits, die das beeinflussen können, sind schon hier vorne irgendwie festgelegt und die sind dummerweise alle Null. Das heißt, wir werden hier immer eine Null kriegen, egal was wir machen und die Eins werden wir nie hinkriegen. Das heißt, das ist jetzt nicht ein Allheilmittel, aber so ansatzweise funktioniert es schon ganz gut. So, was er dann in diesem Blogpost macht, ist zu sagen, okay, ich habe halt hier unten meine Daten, die ich haben möchte und die sortiere ich dann nach Wichtigkeit. Wichtigkeit ist bei ihm hoher Kontrast. Also, wenn ich irgendwie eine weiße Fläche habe und da taucht plötzlich mal so ein schwarzes Modul auf, überhaupt nicht schlimm. Ich erkenne das Bild trotzdem noch. Wenn ich aber viel Kontrast an irgendeiner Stelle habe, dann ist vielleicht wichtig, dass da der Pixel die richtige Farbe hat oder das Modul. Deshalb sortiert er das und dann versucht er immer die Basis so zu transformieren, dass halt die Basisvektoren entsprechend dieses Modul abdecken und entweder es klappt, dann ist es gut oder es klappt nicht, dann machen wir halt mit dem Nächsten weiter. Und dann kommen halt Bilder raus, wie wir es eben gesehen haben. Also, es klappt schon ziemlich gut, würde ich sagen. So, wir können das auch anders darstellen. Wir können auch sagen, okay, wir haben hier ein großes lineares Gleichungssystem, wo wir sagen, okay, Basis 0, was dieser Punkt ist, ist halt 0, Basis 1 ist 0 und dann haben wir immer hier entsprechend die Einträge und bei den Fehlerkorrekturbits wird es halt ein bisschen komplizierter. Da haben wir hier für diesen zum Beispiel Basis 2, 3 und 10, die zusammen exklusiv verodert 1 ergeben müssen und bei dem hier halt 0, 1 und 8. Nur blöderweise sind halt 8, 1 und 0 schon alle 0. Deswegen wird das halt nicht lösbar sein, dieses Gleichungssystem. Aber wir können das genauso so modellieren, wenn wir halt eine exakte Lösung haben wollen. Also wenn wir sagen, dieses Bild und kein Pixel anders, können wir das auch als lineares Gleichungssystem modellieren. So. Haha. Das geht noch weiter. Also irgendwann bin ich mal über dieses QR gestoßen und dann habe ich mir das angeguckt, so ein bisschen nachgedacht und irgendwann habe ich mich gefragt, können wir eigentlich so ein QR-Code, also wir können so Bilder oder Daten da rein kodieren, die beliebig aussehen. Können wir das eigentlich so machen, dass ein QR-Code in dem QR-Code ist? Also nicht in dem Sinn, dass ich einen riesigen QR-Code habe und da drin ist ein kleiner QR-Code. Nein. Anders. Ich habe Nachricht A, wenn ich den QR-Code normal scanne und wenn ich den QR-Code spiegele und scanne ihn nochmal, kriege ich eine andere Nachricht. Wer da reingegangen ist, der war so ein Aufsteller. Ich sage es nur. Also Titelfolie. Also ist genau hier der Fall. Hier kommt Nachricht A raus, hier kommt Nachricht B raus. Also A, B. Könnt ihr gerne probieren. Ich lasse euch ein bisschen Zeit. Kann was trinken in der Zeit? Jemand hingekriegt, das A zu scannen? Jemand hingekriegt, das B zu scannen? Ja. Okay. Wir haben beides mal gesehen. Also es geht offensichtlich, aber wie? Das erste Problem ist irgendwie die Formatinformation. Vielleicht überlegen wir nochmal kurz, was das bedeutet, einen QR-Code zu spiegeln. Stellt euch das so vor, als wenn ihr den kompletten QR-Code an der Hauptdiagonale spiegelt. Also für Formatinformationen heißt das irgendwie Bit 14, Bit 0 werden getauscht, 13 und 1 und so weiter. Hier unten ist das also erstmal ist ideal, weil ich lande genau wieder auf Formatinformations Bits. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier ist ein bisschen komplizierter, weil Bit 7 wird hier mit diesem Modul getauscht, was immer schwarz ist. Also es gibt ein Modul, was immer schwarz ist in jedem QR-Code und nicht zu irgendwelchen Finder-Patterns oder so gehört. Das ist dieses Ding. Okay, also ich möchte irgendwie Formatinformationen haben, die, wenn ich sie so rumlese, okay sind und wenn ich sie so rumlese, okay sind und wenn dieses Bit schwarz ist, wäre es auch nicht verkehrt und es stellt sich raus, dass es funktioniert. Beispielsweise mit Maske 1 und Maske 4, jeweils Korrektur Level L. Die untere Maske ist jetzt schon invertiert, also die ist sozusagen rückwärts dargestellt und was wir dann haben, ist irgendwie nur drei Bits, die sich unterscheiden. Die können wir jetzt noch verteilen sozusagen auf die verschiedenen Formatinformationen. Jetzt sagen wir hier, Maske 2 hat halt irgendwie zwei falsche Bits, Maske 4 hat ein falsches Bit. Unsere Formatinformation kann irgendwie drei Bit korrigieren. Alles gut. Ja, so eine Fehlerkorrektur ist gar nicht so schlecht. Wunderbar. Dann können wir das schon mal reinsetzen. Dann kann es ja weitergehen. So, jetzt gucken wir uns nochmal unsere Nachrichten an. Nachricht A ist wieder alphanumerisch kodiert, Nachricht B ist diesmal byteweise kodiert aus didaktischen Gründen. Ich erkläre gleich, was passiert wäre, wenn ich das auch alphanumerisch kodiert hätte. Und die platzieren wir jetzt einfach mal in unseren Daten. Da der, der gespiegelt ist, geht das hier halt nicht nach oben, sondern nach links. So, das kennen wir schon. Das ist gespiegelt. Jetzt haben wir Daten, sind aber noch nicht fertig, weil irgendwie gab es ja noch diese komischen Masken. Okay. Jetzt haben wir irgendwie ein Problem. Jetzt ist hier irgendwie schwarz, schwarz, schwarz und hier ist so weiß, weiß, schwarz. Das ist irgendwie doof. Also hier haben wir so Konflikte. Wenn wir B auch alphanumerisch kodiert hätten, hätten wir die nicht. Deswegen, aus didaktischen Gründen. So. Jetzt muss man irgendwie damit umgehen. Also umso mehr Daten ich habe, die wachsen ja hier auch wieder runter und das wird immer schlimmer, je mehr Daten ich da irgendwie oder je länger die Informationen sind, die ich da reinkodiere. Wie man damit umgeht, ist einfach, dass man sagt, okay, das Ding hat Fehlerkorrektur. Die nutzen wir halt. Und dann muss ich eben diese sozusagen Module, die sich uneinig sind zwischen den QR-Codes, muss ich halt irgendwie verteilen auf die beiden QR-Codes, sodass die Fehlerkorrektur das noch korrigieren kann. In dem Fall ist es nur eins, ist nicht so schlimm, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir sagen jetzt hier einfach mal der linke QR-Code, also QR-Code A, hat hier sozusagen fehlerhafte Bits oder Module und weisen dem das zu. So. Was wir dann machen, ist so ein riesiges lineares Gleichungssystem aufstellen. Das sieht in etwa so aus. Das ist jetzt immer nur für diese vier Bits. Wir haben wieder Basisvektoren, mit denen wir hier hantieren, die entsprechen halt am Anfang den Bits, weil das halt genau die Daten sind, die am Anfang kommen. So. Und jetzt sagen wir hier irgendwie unser erster Basisvektor mit dem entsprechenden maskierten Bit, also was hat die Maske sagt, ob ich da irgendwie maskieren muss oder nicht, soll halt eins ergeben, das nächste auch, wobei ich hier halt einen Fehler habe. Das wird immer eins sein. Das ist jetzt nur hier als E1 markiert, damit man es hier mal sozusagen wiedererkennt. und hier entsprechend auch zur 1 werden und da 0. Das heißt, wir haben hier 1, 1, also 1, 1, 1, 0 und hier drüben auf der B-Seite haben wir entsprechend, hier fangen wir an, 1, 0, 0, 0. So. Und mittendrin kommt sozusagen das verbindende Glied. Das sagt einfach, okay, und diese Module sollen bitte gleich sein. Also das, was ich hinterher sehe, soll bitte die gleiche Farbe sein. Und das wird halt einfach so gemacht, indem ich hier die entsprechenden Seiten nehme und gleich setze. So. Das stimmt nicht. Ich glaube, hier muss das eh nicht drin sein, weil jetzt setze ich ja irgendwie 0, 0 mit 1, 1 gleich. Korrigiere ich für die Version, die hochgeladen wird. So. Jedenfalls kann ich das gleiche System lösen und komme halt, wie gesagt, diese beiden QR-Codes. Der ist jetzt mal sozusagen richtig orientiert. Und jetzt habe ich schon mal zwei QR-Codes oder zwei Nachrichten irgendwie in einen QR-Code kodiert, was sehr lustig ist. Speziell, wenn man irgendwie durchsichtige Flächen hat. Also so QR-Codes immer auf Folie drucken. Vorder- und Rückseite ist ganz toll. So. Wir sind aber noch nicht fertig, weil damit kann man natürlich auch irgendwie Bilder reinbasteln. Wir haben ja am Anfang gesehen, da war so ein großes Tortenstück. Das ist jetzt auch nicht mehr schwierig, nachdem wir das alles da haben. Wir sagen einfach, okay, irgendwie halt AI, also unser Basisvektor I und die Maske I. Also das kann auch irgendwie ein längerer Ausdruck sein, wenn wir Fehlerkollekturbits haben. Soll halt einfach unser Pixelwert sein und entsprechend für B und die Gleichheit braucht man dann nicht mehr, weil wir sagen ja, welcher Wert das sein soll. Und dann, wenn das lösbar ist, das Gleichungssystem, kriegen wir auch einen QR-Code, wo dann das Bild perfekt drin ist. So. Lustigerweise kann man auch einfach verschiedene Pixel angeben. Man kann sagen, so bei einem bitte hell, bei einem dunkel. Warum will man das? Man könnte so einen QR-Code basteln, und wenn man den ausmalt, kriegt man einen anderen QR-Code. Zum Beispiel. Also es gibt Anwendungen dafür. Könnt ihr gerne probieren. Also der ist gut zu scannen, der ist schwieriger zu scannen. Weil der ist sozusagen der, der gespiegelt ist. Das machen manche Apps nicht mit. Jemand hingekriegt? Ja. So, Achtung. Gucken, dass sich nur das Herz ändert. Ja. Wie gesagt, der geht besser. Okay. Schon mal cool. So, jetzt bin ich viel schneller durch, als ich eigentlich durch sein wollte. Das heißt, ihr habt viel Zeit zu fragen am Ende. Ich wollte noch ein bisschen was über Software erzählen. Also ich habe ja mit dem Zeug so ein bisschen rumgespielt, habe natürlich ein paar Apps probiert, habe natürlich immer Codes gehabt, die irgendwie Fehlerkorrektur ausnutzen, die komische Format-Bits haben, wo Fehler drin sind. Und was halt ganz gut funktioniert, ist Seepra-Crossings. Crossing. Das ist tollerweise auch irgendwie online verfügbar und ist open source und überhaupt. Einfach nettes Projekt, funktioniert auch. Bei den Generatoren, also wenn man sagt, okay, man möchte jetzt normalen QR-Code irgendwie generieren, gibt es auch jede Menge Webseiten, die haben dann auch jede Menge Premium-Angebote. Das heißt so, die Webseite, die einfach nur das macht und sonst die Klappe hält, habe ich jetzt spontan nicht gefunden. Aber ich meine, funktionieren tun sie trotzdem. Und es gibt auch irgendwie so Offline-Tools, also QR-Code habe ich zum Beispiel immer benutzt, um irgendwie mal Referenzdaten zu haben, wenn ich das damit rumgespielt habe. Ist auch open source, also auch wunderbar. So, zu dem QR-Code gibt es wie gesagt einen Blogpost. Wenn ihr jetzt angefixt seid und sagt, oh, das ist spannend, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, das ist ziemlich interessant. Steht auch ein bisschen mehr drin zu Themen, die ich jetzt nicht erzählt habe. Und es gibt auch eine Webseite, wo ihr sagen könnt, okay, ich möchte den QR-Code, dieses Bild, mach. Das heißt, das kann man online ausprobieren, unbedingt machen. Ich möchte jetzt, wenn ich rausgehe, nur euch vor diesen Bildern sitzen sehen. Okay. Ja, ich habe meine Software noch nicht irgendwie online, kommt aber noch, ist mein GPN-Projekt. Okay. Damit wären wir sozusagen durch. Ihr wisst jetzt, man kann tolle Sachen mit QR-Codes machen, man kann die irgendwie schön machen, man kann Bilder reinmachen, macht das doch mal. Also macht das und vergesst nicht irgendwie die Qualitung. Also immer schön Rand drumrum. Ja, es ist tatsächlich schlimm, also wenn man mal rumgeht und jetzt guckt mal, ihr wisst, so vier Module Platz ist bei jedem zweiten QR-Code nicht. Also, könnt ihr ein bisschen klug scheißen. So, jetzt Fragen. Da gab es schon eine. Die Frage war, wenn ich halt zu wenig QuietZone habe und damit nicht der Spezialisierung entspreche, muss ich dann Lizenzgebühren zahlen. Musst du natürlich nicht, du läufst halt Gefahr, also verklagt zu werden sozusagen. Ja. Ob jetzt so eine Klage durchkommen würde, ist natürlich immer noch mal so eine eigene Sache. Bis jetzt hat Denso Wave noch nicht wegen einer fehlenden QuietZone geklagt. Also nicht, dass ich wüsste. Ich sage es mal so. Noch Fragen? Die Frage war, kann man QR-Code in der Shell anzeigen lassen? Ich kenne kein Tool, ich habe aber auch irgendwie nicht das benötigt. Aber hier vorne melden sich schon. Also hier vorne wird gesagt, es gibt fertige Tools. Auf der Vortragsseite, die Vortragsseite ist eine Wiki-Seite, da wird dann ein Link auftauchen, gehe ich fest von aus. Noch Fragen? Die Frage war, wie schaut das mit mehrfarbenen QR-Codes aus? In dem Sinne, dass ich sozusagen ein RGB-Image habe und ich habe im R-Kanal einen QR-Code und in den anderen Kanälen auch. Geht natürlich. Kann kein Schwein scannen, also muss natürlich wieder, also will man auch nicht scannen, ne, natürlich. Aber du kannst natürlich die Kanäle kombinieren in einem Bild und du musst es halt zum Scannern wieder dekodieren. Hatte ich auch schon als Geocache so ein Rätsel, sage ich mal. Also, gibt's in echt. die Frage war, gibt's Ansätze, um QR-Codes mit mehreren Graustufen zum Beispiel zu bauen? Nicht, dass ich wüsste. Also, generell ist es so, dass DensoWave halt für farbige QR-Codes so ein bisschen allergisch hergeht. Also, da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dann irgendwann mal anfangen zu klagen. Also, da steht explizit sozusagen, also, es gibt QR-Code.com ist das, glaube ich, von denen eine Webseite, da ist ein FAQ dazu und da steht sozusagen drauf, wenn ihr irgendwie Bilder oder Dinge über euren QR-Code drüberlegt, kontaktiert uns doch vorher. Ja, da gibt's eine Anmerkung. Also, hier wurden schon bunte QR-Codes gesichtet. Generell, also farbig machen kann man die, aber halt zweifarbig. Immer. Das geht prinzipiell. Es gibt auch Projekte, da hatte ich leider nicht die Zeit, das noch auf Folien zu gießen, wo wirklich QR-Codes, ich sag mal, künstlerisch ein bisschen verfremdet wurden. Ich hab zum Beispiel mal ein Paper in der Hand gehabt, da haben sie gesagt, okay, wir nehmen wirklich ein hochauflösendes Bild und stellen das dann mit ganz feinen, grauen Punkten dar, die halt auf die Summe gesehen halt gerade so schwarz sind oder gerade so weiß, aber ich hab halt in dem, ich hab viel mehr Möglichkeiten, wie ich diese, diese Module darstelle. Also, ein Modul besteht dann aus vielen kleinen Pixeln in verschiedenen Graustufen und wenn der QR-Scanner gut ist, kann er das trotzdem noch scannen. Kann ich, wenn ihr wollt, auch gern irgendwie nochmal raussuchen und entsprechend auf der Seite zu dem Vortrag verlinken. Frage? Also hier kam gerade die Anmerkung zu, der Anmerkung eben, Microsoft, was hast du gesagt? B-Code, B-Tag, ja, könnten das auch. Also, sind so farbig und bestehen aus Dreiecken. Noch eine Frage. Die Frage war gerade, warum Handyhersteller in die Kamera-App keinen QR-Code-Reader eingebaut haben, sondern warum man extra Apps dafür installieren muss, weiß ich nicht. Aber, also Motorola kann das, kam gerade hier. Also ein paar haben das anscheinend, nach Anmerkung aus dem Publikum. Die Frage war, ob ich Fehlerkorrektureigenschaften verliere durch dieses QR-Art eben nicht. Indem ich das in Nutzdaten kodiere, verliere ich keine Fehlerkorrektureigenschaft. Also ich habe genauso Fehlerkorrektureigenschaften wie ein normaler QR-Code, Modulo hat diesen 24 von 1000 24 Möglichkeiten, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt gerade nicht als Ziffernfolge darstellen. Da kann mal ein Fehler drin sein, aber das kommt halt eher selten vor. Noch Fragen? Wie reagieren die Apps, wenn die Padding-Daten falsch sind? Exzellente Frage. Gar nicht. Also denen ist das völlig schnurz. Die Sachen, die ich gezeigt habe, nutzen das aus. Also wenn du so ein QR-Art-Quadrat, wie ich es ja genannt habe, Code baust, der sagt immer, okay, hier ist der QR-Code zu Ende und jetzt kommen irgendwelche Daten und das hat nichts mit Padding zu tun. Also das wird aktiv ausgenutzt. Das war auch dann bei dem QR-Art-Blog, in den Kommentaren steht ist auch drin, warum machst du das nicht so, warum machst du so komische Hashs und Ziffern, macht halt auch einfach Daten rein. Was er halt wollte, ist sozusagen sich möglichst an die Speziation halten, die halt sagt, da muss Padding rein. Die Scanner an sich, also ich habe noch keinen Scanner gesehen, der irgendwie nach guckt, das Padding ist richtig oder nicht, sondern die sagen einfach, okay, hier hört die Nachricht auf, alles gut. Die Frage war für diese QR-Art-Quadrat-Codes, ob ich die Software komplett selbst geschrieben habe. Ich habe es probiert, woran ich am Ende gescheitert bin, war das Reed-Solomon-Fehler-Korrektur, aber der Rest ist komplett selbst geschrieben. Wenn sich jemand mit Reed-Solomon-Fehler-Korrektur auskommt, kommt doch mal zu mir. Die Frage war, was habe ich dann benutzt für das Reed-Solomon? Ich habe tatsächlich irgendwo einen Reed-Solomon gefunden, habe das einfach reinkopiert. Das ist im Moment der Grund, warum das noch nicht sozusagen veröffentlicht ist, dass man das irgendwie nochmal mit Lizenz guckt, wie das da läuft. Aber wenn das sozusagen geklärt ist, ist der Weg frei, dass ich das auch irgendwie mal auf die Tab stelle. noch Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann Dankeschön. Beim Rausgehen gerne nochmal skin. Ja, Hehehehe.